willkommen zum vierten lego marvel part und ja beginne ich mal ich habe ja ein bisschen ein kleines bisschen weiter gespielt eigentlich gar nicht weiter gespielt habe ich und da kann ich jetzt noch nicht hin ich mal B drücken ja da habe ich gespeichert ich habe nicht mehr oh man bist du blöd was bringt das eigentlich hier ja toll na ist der blöd jetzt fällt schon wieder wieso schaffe ich das denn nicht das ist so einfach naja der hat es halt drauf ja endlich wieder diese Kerle so komm ach so muss ich mal erst mal aufbauen sonst komm ich ja dann nicht hoch und ja komm zuerst einmal hier schön alles zerstören so das müssen wir wieder aufbauen so in die richtige position so jawohl richtig hingestellt ja hallo und ich bin jetzt gerade mit da gibt es in einer sitzung also wie komme ich da wieder vorbei also ja was denn wohl habe ich dir doch erzählt ja doch der baumeister spiele ich nein spiele ich nicht so 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 lol ok jetzt kann ich zusammenbauen so so ich bin kein ich bin kein ah das meinte er also und jetzt geht es hoffentlich auch aus ja es geht jetzt aus jetzt kann ich auch rein ich bin so 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 haak also da oben muss ich was zu di 자� who ski was wir sind rund ein ystem h 8 8 nicht gleichlamm so gut geht die weiter die weiter ich brauche dich hier nicht ob kaum möchte muss alles zerstören mann dr.octobus ist so ein zerstörer wusstet ihr das schon das ist so ein richtiger Hund mann mann nie gesehen hat das ist so das ich komme jetzt hier als einziges doch wir kommen schon hin dank ihnen glaube ich mal eigentlich schon ja dann okay hier hinziehen so jetzt müssen wir das andere noch hinziehen und dann treffen können Prozent Prozent das Tee fliegt weg und wir können rüber dann kommen her so also ja so wieder dieser Octopod oder wie die heißen da kommt der da nicht durch ich weiß nicht, ich komme selber da nicht durch ah doch, komm ich ich gehe jetzt auch da rein ach so, scheiße ja, wieso kommt denn ihr nicht hoch? weg, weg, weg ich bin schon mal da oben jetzt noch der andere lass mich mal in Ruhe so, und ich kann jetzt mit dem schönen Aufzug fahren nee, hä, kann ich noch nicht stimmt, ich kann ja eigentlich noch nicht fahren weil ich eigentlich der Jung was machen muss aber was stimmt das muss ich zerstören, jawoll jetzt kann ich eigentlich fahren jetzt kann ich fahren mit dem Aufzug ja, genau, jetzt fährt er auch runter da da ist da ist tschüss ich fahre mal hoch ding wie episch also da ist noch so ein Teil ja, schon klar, ich sterb doch nicht ja, Oktopus ja oh doch, tu mal ab du auch warte, ich habe das nur hier halt drücken ah ja, hallo so so ja, mach das da ruft jede Sauer an toll, ich kann aber jetzt gerade nicht ja, ich kann jetzt gerade nicht ich mach ihn jetzt gleich ja 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 kannst du machen ja, und wo soll ich dann ja, wenn ich gerade keine Zeit habe du bist in der Badewanne ja, bitte ja, bitte so, also du bist in der Badewanne hm oh ja, das check ich nicht immer Sonntag immer Sonntag da wo sie mich am nächsten Tag eigentlich sieht nee wenn man verliebt ist, das verstehst du nicht ja, trotzdem nein ich mach das nicht uh haha so es geht jetzt weiter was ist es ist es ist ja du könntest es ist mit einem Pentagon auszeibilities JJ den du rausbekommen bin meine liebes Workshop wir werden uns wieder am Start wie schön okay es war die Kräfte du auch du verschwendest selber deine Zeit Herr Oktobus Dr. Oktobus kann man eigentlich nur so einen Namen haben jetzt mal ein bisschen was nehmen ja mal ein bisschen speichern wieder malen so ja achso ok so komm her komm her wie episch achso da kommen ja wieder die zwei wie kann lol ist schon klar aber wenn du das zweite Mal angest dann gehst du dich ja wenn ich in der Badewanne bin dann nicht wie soll ich denn noch angehen ja wenn du gehst mit n n n ich bin nur noch n n naa da habe ich jetzt gerade nicht aufgepasst wie episch Entschuldigung, ich habe nichts zerstört dann wechseln wir halt zu denen, das ist ja nicht so schlimm ich weiß nicht wie viel Uhr es ist, oder was? ja, würde ich nicht wissen wie die Uhr geht, dann würde ich mal wissen wie viel Uhr es ist dann wechsel doch zu den Depp, Alter danke ja, eine schöne Rakete ist schon klar das ist ja nicht so schlimm das ist ja nicht so schlimm bei Jungen, jetzt verständlich alle Häuser, du Depp Dann holt ihr mal ab. Ach so ein bisschen. So ok, der Kampf ist eh bald vorbei. So, jetzt ist der eine Arm weg. Juni, jetzt erstellen nicht alle Dinge, Alter. Alter. Hahaha. Ah, ah, oh, Ballon. So, jetzt nur noch ein Arm. Ja, warte doch. Verlier' doch jetzt mal deinen letzten Arm! Oder so. Gib auf! Verbreitung hört sich nie aus! Falsch dich da mal nicht! Du kannst den langen Arm, dass du selbst nicht entkommen hast! Du kannst den langen Arm, dass du selbst nicht entkommen hast! Und deshalb und dann ... Du kannst den langen Arm. Anregrow' ... Du kannst den langen Arm. Du kannst den langen Arm. Guck. Wir sind dann in der du interpretei. Ich glaube, ich bin Mar friends. Bist du kurz an! Vielen Dank. 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 Vielen Dank.